Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nächste Station, Sündorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Borchen. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Rechenkönigdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Weiden-Best. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Nächste Station, Köln-Würgenich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Würgensdorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Würgensdorf. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Richtung Pohlheim und Mönchengladbach. Bitte die Linien RB8 oder RB27 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Würgensdorf. Bitte die Linien S6 oder S1 umsteigen. Richtung Köln-Best. Richtung Köln-Würgensdorf. Bitte die Linien S6 oder S1 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Nächste Station, Köln-Würgensdorf. Umsteig in Fahrtrichtung links. Zum Regionalverkehr. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. ob sie hier veranstaltt sind, die Linien S6 oder S1 umsteigen. Nächste Station, Köln-Würgensdorf. tao aufs Würgensdorf. ��ermusdorf. Und dann sind die Linien S3 oder S1 umsteigen. Richtung Bade-Flattbach, bitte in die Linie S11 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Hauptstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop, Cologne Trade Fair, Deutsch. Exit to the left in the direction of travel. Reaktion Köln-Könbornstraße, Richtung Köln-Bonn-Funkhafen, bitte in die Linie S13 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Erford-Bühne-Funkhafen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Bonn-Funkhafen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Port am Rhein, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Port am Rhein, Richtung Köln-Bonn-Funkhafen, bitte in die Linie S13 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Stich. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Bonn-Funkhafen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station, Köln-Bonn-Funkhafen, bitte in die Linie S13 umsteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links.